Ein Ford Transit Connitzt mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der graue Transporter ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 95 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Tä mungkin nicht. hinausschplane die começar gentle Spanita. Altohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Ständig 1000 Ford auf Lager. Uweigel. Uweigel vitäuren in Calaisen 50ern Position Ködler.